So, hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Green Hell. Ach was, bei Green Hell weiß, Tix Shards of Darkness. Ja, ich habe voll versprochen. Kann sein, dass ich mich in der letzten Folge auch versprochen habe. Ich bin mir nicht zu sicher. So, komm, halt ich mal hier. Super, super, Madame. So, mal eben kurz gucken, ob wir noch was Schönes haben. Was von Bedeutung. Ach so, das war das Essen nur. Oh, Mama. Ah, jetzt wirkt doch noch mal ein Ohr. So, da war was. Hier, die sehen aus wie Leichen. Nichts zu gebrauchen hier. Und das Signal jetzt geben. Das heißt, ich kann da wieder hoch. So, dann muss ich doch gucken, wie ich da hinkomme. Ich sollte öfters hier mit rummachen. Oh, man. Hm. Ok. Hm. 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 Das sieht natürlich vielversprechend aus. Oder auch nicht. Wie komme ich denn da rüber? Weil wenn ich die Schnelligkeit haben möchte in Gold oder sowas, dann müsste ich ja doch schon... Wie soll ich da oben hinkommen? Ich kann nix verstehen. Ah. Jops. Jops, kfude. 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 Da scheine ich aber noch mit dem Glück gehabt an, dass ich hier runtergefallen bin. Jops, kfude. Jops, kfude. Jops, kfude. Jops, kfude. Jops, kfude. Jops, kfstež. irgendwas muss hier in der nähe sein weil er dieses die ganze zeit macht oder war das durch dadurch dass die dass die gegner da sind ja super ja 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 ich weiß ich muss sagen das motiviert ein bisschen wenn er dich so anfangen mal floppt so kann ich irgendwo hoch sieht nicht so aus auch das war ja ich war gut dann werde ich mal hinterher mal schauen ob ich vielleicht von hier unten besser rankommen oder auch nicht nicht von hier bin ich angekommen oder es ist ein drab Ah, Mann, ey! also untenrum scheint doch leichter zu sein ach da sieht man sogar die blickrichtung von dem von den netten herrschaften da oben will ich hin aus 8 sollte ich mal wieder einen lebens trunk können war da wo berg Da ist es, ja. So, wo ist jetzt? Äh, da müsste ich doch eigentlich auch hier runter. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, das stimmt aber allerdings. So, da kann ich mir erstmal hier Leben ins Tränkel und mehr brauche ich nicht, kurz. Achso, verstecken. Dann gebe ich mal das Signal ein. Wie soll ich da hinkommen? Muss ich da rüberspringen oder was? Wo legt sie ich an? Legt sie hier an oder? Was? Hör auf! Ach, ja. Machen wir es halt nochmal, ne? Weil es so schön ist. So, wo gehe ich hin? Wenn ich wüsste, wo die anliegt. Übrigens mein Kaffee. Helfen die eventuell beim Anlegen oder so? Jetzt guckt nicht in den Eimer, Jörg. Ja. Ach, die Flieter deckt komplett da. Na super. Ich glaube, da backt jemand rum. Ja. Es musste sein. Ja. Hin ja fest. Ja. Hab ich gestreamt? Nein, leider nicht. Vielleicht ist das richtig. ... und die Waffe ... ... ist in der Maschine. Ach, die liegt da unten also an, okay? Ach, die liegt da unten an, okay? Ach, die liegt da unten an, okay? Ach, die liegt da unten an, okay? Und dann muss ich doch da unten, also gehe ich da rüber. Oh! Oh! Was zur Hölle ist denn, was soll? Und um deinen Pass zu checken. Ich bin gerade jetzt auf meinem Pass. Ich bin gerade hier. Komm hier! Danke, Styx. Meine Airship kann nun mehr unhindert in Korangar. Die Dark Elves will soon be checking the vessel and making sure that I hold a pass. Okay. We'll meet up on the other side. Okay. Okay. Jetzt kann Haledrin was, was sie will. Let's take this opportunity to visit beautiful Korangar. Und find that shape-shifting bastard. Tschöne. Ach, guck mal, der backt hier immer nach oben. Oh! Ups! Ups! Sag ich da nur. Wer hat da jetzt gesungen? Ich kann den ja gerne mal, was auf das geht. Was? Das hat funktioniert. Jetzt hab ich den entpackt. Was mit dem da hinten? Habt ihr gesehen, wie ich geworfen hab, oder was? So, da kam ich nicht mehr anders hoch. Oder? Warte mal. Natürlich. Aber ich sehe hier was. Meine Augen. Das da bitte. Bitte nehmen. Uh! Ah! 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 Hallo? Ah! 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 jetzt muss ich auf jeden fall ein sachen gibt es die gibt es nicht der ritten im kreis hier man Habt ihr das streamt? Ich will eine Prozent auf deiner besten Goblin-Dead-Kompilation. Was ist hierher? Na, es hat natürlich Dün-Degen geweckt. Ich wollte eigentlich, dass die anderen auch da bleiben. Nothing. Jetzt stehe ich natürlich voll bescheuert hier. Der sieht mich jetzt. Ich bin einfach schlecht, Sticks. Ach, Mann, 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 Mann. So, jetzt komme ich aber durch. Ich fühle mich hier. Den Wohnbezirk. Da sehe ich gerade was. Geht's doch kein durchweg hier. Aber ich speichere hier. Besser ist besser. Oh, guck mal, da liegen die Münzen im Leben. Okay. Ja. Ich bin immerhin noch ein bisschen weitergekommen, Sticks. Jetzt meckern hier so mit mir. Ich bin da auch nur ein erbärmlicher Mensch. Kein Goblin. Geht's doch nie. ... ... ... so ladies geschafft man 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 hat eine geburt so 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 Na ja jetzt... jahre jahre name sounds like someone hawking up a big one special moment when you manage to cough up some really troubles in flam now i gotta find a legend's airship somewhere in this mate ach so das war der weg zurück alles klar ja alles genau gucken looks like someone lost their note bla 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 amber rationing bla 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 the door of the storeroom is protected i stashed five fragments of the tablet once gathered each fragment gives you a part of the access code you will find the fragments in the house marked by this symbol amber will reveal it amber oh that sounds good bla 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 amber amber store no way i gotta get this i'm gonna need those fragments it's gonna be a pain in the ass to crack the code but first let's find the symbols is the sticks 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 ist schon der hammer so da würde ich erst mal sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder dann diesmal mit mit controller würde ich vorschlagen wenn ich einen finde und wir sehen uns dann bis dahin euer bober ciao ciao